Ich glaube, dass Daten und Datenanalyse in Zukunft unerlässlich sein werden. Datensouveränität ist neben Gen.ai auch top of mind. Welche Rolle spielt Datensouveränität für dich persönlich und in deinem täglichen Doing? Für mich spielt das eine sehr große Rolle, weil ich glaube, es ist wichtig, um das Vertrauen von Menschen in die Nutzung von Daten und in Organisationen, die Daten nutzen, zu stärken. Ob das jetzt Organisationen sind, der Privatwirtschaft oder ob es auch der Staat ist, der meines Erachtens noch viel zu wenig vernünftige Dinge mit unseren Daten anfängt, das mal so am Rande bemerkt. Aber ich glaube, diese Souveränität muss gegeben sein, das Gefühl, dass ich selber Autonomie habe, zu entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und ja, eine Zustimmung auch wieder zurückziehen kann. Ja, das ist wichtig, um Vertrauen zu bilden. Sehr gut. Du sprachst gerade, der Staat tut noch nicht so viel oder wenigstens nicht das, was du dir wünschst. Wenn du drei Wünsche hättest, was der Staat tun sollte, was wären die? Ich glaube, dass Daten und Datenanalyse in Zukunft unerlässlich sein werden, um die großen Probleme, mit denen wir als Gesellschaft oder sogar als Menschheit zu kämpfen haben, um die überhaupt mal angehen zu können. Ob das Thema Klimawandel ist, Migrationsströme, ob das demografischer Wandel ist, all diese Themen. Um die zu lösen, wird es in Zukunft sehr viel mehr Daten, Datenanalyse brauchen. Beispielsweise, um Städte lebenswerter zu gestalten, Stichwort Smart Cities. Oder auch, um mal zu erkennen, was unserer Natur eigentlich wert ist, das zu bewerten und entscheiden zu können, welche Maßnahmen denn wirklich sinnvoll sind, wenn man in Klimaschutz oder Biodiversität investieren möchte. Und dafür braucht es Daten, gut erhobene Daten, Verständnis dafür, was diese Daten leisten können, aber auch die Technologie, die Infrastruktur, Hardware und Software, um diese Daten sauber zu speichern, aufzubereiten und analysieren zu können. Wenn du das letzte, musst du nicht beantworten, aber wenn du das letzte Jahr betrachtest und deine Aufträge einmal so schnell in Gedanken durchgehst, wie viel von diesen Aufträgen entfiel prozentual auf das Thema Allgemeinwohl, auf das Thema Sustainability oder Absatzförderung? Ich habe das Glück, dass ich relativ viel im Bereich Gemeinwohl und Sustainability machen kann, mit einigen sehr engagierten Kunden, zwischen würde ich schon fast sagen Partnern und Freunden, weil wir einfach ähnliche Überzeugungen haben. Und ich glaube, also mein Blick darauf ist vielleicht auch ein bisschen verzerrt, weil ich sehr viel über dieses Thema Ethik und natürlich auch Nachhaltigkeit spreche. Deswegen kommen möglicherweise auch Kunden eher auf mich zu, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber es wird immer wichtiger, viele würden auch gern was tun, wissen aber nicht genau, was sie tun können, wie sie es richtig machen, obwohl wir ja jetzt auch viel Regulatorik in dem Bereich haben, zum Beispiel Lieferkettengesetz, ESG, all diese Richtlinien, die dann auf uns zukommen. Und da herrscht auch eine große Verwirrung, wie mache ich das denn in Zukunft richtig, damit ich nicht nur rechtssicher unterwegs bin, sondern damit ich wirklich was bewirken kann. Weil schon mein Eindruck ist, viele Unternehmen, bei denen ist es nicht nur was auf dem Papier, die wollen wirklich was verändern. Ich frage es gerade, wie mache ich es richtig? Was wäre deine Empfehlung an mich und an meine oder unsere Zuhörer? Was wären die drei Empfehlungen, wenn man so ein Projekt angeht? In puncto Datenanalyse oder in puncto Nachhaltigkeit? Datenanalyse. Datenanalyse. Der erste wichtige Schritt ist, sich wirklich im Klaren zu werden, was möchte ich erreichen? Was möchte ich damit machen? Auch wo sind die Grenzen? Was gehört nicht zu meinem Projekt? Wie grenze ich mich ab und was sind meine Kriterien, um zu entscheiden? Dann, in diesem Moment bin ich erfolgreich. Dann ist das Projekt für mich erfolgreich gelöst. Dann sich wirklich zu überlegen, wen muss ich alles mit ins Boot holen? Welche unterschiedlichen Perspektiven werde ich möglicherweise brauchen? Wer ist intern, aber auch extern von meinem Projekt betroffen? Und dann sicherzustellen, dass die Daten wirklich eine gute Qualität haben müssen. Das ist ein Qualitätssicherungsprozess aufzusetzen, von Anfang bis Ende für die Daten und die Datenanalyse. Und das ist auch ein Gebiet, wo in Zukunft, glaube ich, AI sehr viel übernehmen kann. Also sehr viel dazu beitragen kann, diesen Prozess nicht mehr so mühselig zu machen, nicht mehr so fehleranfällig zu machen. Und vor allem menschliche Ressourcen freizusetzen, wenn sich ein Data Scientist 60 bis 80 Prozent seiner Zeit damit auseinandersetzen muss, schlechte, fehlerhafte Daten irgendwie sauber zu kriegen und irgendwie nutzbar zu kriegen, ist es wahnsinnig frustrierend. Dann ist es wahrscheinlich auch schwer, dem Unternehmen zu halten. Und dann kann ich vor allem seine Qualifikation gar nicht wirklich nutzen. Und das ist auch etwas, was wir sehen müssen. Das ist eine wichtige und eine tolle Qualifikation, wenn jemand mit Daten wirklich umgehen kann und diese Daten zum Sprechen bringt. Und es ist Verschwendung von menschlichen Ressourcen, wenn wir solche Leute den ganzen Tag damit beschäftigen, schlechte Daten irgendwie sauber zu kriegen. Das ist eine große Chance für Technologie.